Ah, hallo und jetzt willkommen zurück zu Let's Play World of Warship, euer Renko auf Renko LP. Und wie ihr seht, fahren wir jetzt mal mit der South Carolina. Ja, am Polarmeer. Was haben wir denn noch hier so alles? South Carolina, South Carolina, Kavashi, Sol, Louis, Colbeck, Tenu, Chester, Dresden, Wicke, Stamson, Storische Boy, Storische Boy. Auf der Kriegnerseite, South Carolina, South Carolina, Colbeck, Tenu, Pogatür, Chester, Novik, Dresden, Stamson, Wicke, Storische Boy, Storische Boy. Alles klar. Hier kann man sich ziemlich gut... Jetzt schon entdeckt, Alter, was ist denn mit euch verkehrt? Hier kann man sich ziemlich gut zwischen den ganzen Packeis verstecken. Muss man aber auch sehr aufpassen, weil die Gegnerischen Kleinzerstörer, so wie die Storische Boy, das natürlich eigentlich kalt ausnutzen. Ihr könnt euch ja wissen, ihr wisst ja genau, mit so einem Ding auszuweichen, Torpedos, ist eigentlich fast unmöglich. Und lass die Novik, die Novik sein, Bokatür. 12,4 Kilometer. Da bräuchten Unterstützung schon nur 5 Sekunden. Nehmen wir doch lieber die Chester, ne? Da. Oh. Können wir sehen, 5 Sekunden, wie das täuschen kann. Jetzt habt ihr halt Zeit zum Nachlanden, so. Macht mal hinne. Lade mal ein bisschen nach. Norweg, Storische Boy. Ja, kriegst du ja, ich lade ja gerade nach, Junge. Hier. Na, verstanden. Ich schieße ihn nicht, da hab ich doch nie und nimmer. Gegendrissen, Kreuz entdeckt. Alter, was war das denn? Was? der band ab in wien da er machen will mich ram oder wird der will ich tatsächlich ram oder hau ab du ich glaub das ja wohl nicht hier wie lange die geschütze brauchen das ist ja wahnsinn wie lange die brauchen die geschütze ist der echte wahnsinnig jetzt kann ich schießen weil er mir dazwischen funkt das war mein dienst geschütz der opfert sich für mich guckt euch das an und ihr seid live dabei nein danke dass du dich für mich geoffert hast junge danke da brauchst du wo einer die ram zu früher wie bin ich denn jetzt zerballert überall kulte der mann hier gar nicht was also war bis du bis wenn du das werde ich sogar so verlieren wird sich jetzt schon kommen diese schlachtschiffe stehen da hinten schön kaum abgekämpft brennen brennen historische woi wir auch nicht waren es auch so weit weg alles zum heulen hier das ist der große nachteil bei den amerikanischen schiffen sie haben eine gute feuerkraft aber du musst jetzt mal rankommen ab 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 Ein Abstauberkill. 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 Ein Abstauberkill.